Nimm im Notfall Goldäpfel und kämpfe. Ich habe nur das Eisenschwert in der Hand. Sie sind über, fast über mir. Hey Leute und herzlich willkommen zu Salvos 1.3 Folge 13. Ja, wir werden die Folge dann demnächst starten. Ja, es gibt immer noch ein paar technische Probleme im Server. Boah, ich hatte gerade über 600 ms. Äh, natürlich. No connection. Jetzt habe ich 200 ms. Aber Jonathan antwortet nicht. Jetzt bin ich gerade wieder bei 35. Ich bin bei 142, was ist das denn? 524. Alter. Das war eine ganz andere Frage. Ja? Theoretisch läuft doch jetzt immer noch eine Folge von mir. Vom Server aus gesehen, oder? Ja, ja. Wie läuft denn das dann? Dann locke ich mich ja theoretisch viel früher aus als du. Ah, stimmt, shit. Ah, das ist ja auch noch zu beachten. Oh, kacke, Jana. Jonathan, wir müssten langsam drauf. Oder er verlängert halt ein paar Minuten. Na gut. Und da ist noch was. Wir haben jetzt eine dreiviertel Minute bis 20 Uhr. Ja, genau, das meine ich ja gerade. Entweder er verlängert die Zeit bis 20 Uhr. Also nach 20 Uhr noch. Oder er schreibt mir mal zurück, das wäre auch toll. Dürfen, aber nur anzugehen, ja auch nicht drauf. Dürfen wir dann nach 20 Uhr noch aufnehmen? Und was? Bei mir geht es gerade auch. Oder wollen wir einfach joinen? Kann man auch machen, ja. Okay. Oh, Elias und Bobby sind drauf. Bereit? Okay, warte. Ich bin noch in der Anmeldung. Disconnected. Geht nicht. Was? Jetzt habe ich gar keine Verbindung mehr. Kann sein, dass jetzt zu ist. Oh ja, jetzt hat er gerade restartet wahrscheinlich. Ja, meiner ist auch weg. Achso. Achso, okay. Vor allem gerade, als er die Uhr drauf sind. Hä? Jetzt ist er... Nee, jetzt ist einer von 20 drauf gewesen gerade. Gar niemand mehr. Oh, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Ja, heute ist eine Verlängerung bis halb. Bis halb haben wir. Okay. Was mich auch noch interessieren würde, darf ich dann einfach noch eine Folge aufnehmen? Sozusagen als Ersatz? Oder bin ich dann für heute fertig, wenn die Folge jetzt abgelaufen ist? Ich würde sagen, wir machen es einfach so, dass du dann noch eine aufnimmst, oder? Okay, Sova ist da, bist du bereit? Ja. Bin jetzt drauf. Ja, bin drauf. Ich... Ah, ich... Ich sneaker. Ich sneaker. Ein Java Update ist verfügbar. Ich auch. Ich auch. Ich stehe ja wirklich direkt offen da. Scheiße. Wenn die jetzt hier sind, bin ich tot, ne? Auf jeden Fall sneaken. Ja, mach ich. Wo bist denn du? Äh, im Spawner. Am Spawner. Oh fuck, ich sehe das brutal sogar. Äh... Also ich... Ich kann... Okay. Alter. Ich kann ihren Namen nicht sehen. Hast du die Fackel hier gesetzt? Ja. Ich kann ihren Namen auch nicht sehen. Okay. Hä? Ich wurde rausgekickt. Was? Ja, schon wieder. Aber jetzt zeigst du den Server auch nicht mehr an. Einfach nie, Christopher. Ja, ich... Das ist doch kank. Jetzt hast du wahrscheinlich das gleiche Problem wie ich für uns. Ah, das ist... No Connection steht hier. 3 von 20 sind drauf, aber no Connection. Ja, das hatte ich dann auch. Ein paar Mal. Ich mache einfach meine 15 Minuten. Also... Wenn ich drauf komme. Es ist doch... Es ist denn gerade ein Rupps? Ah, jetzt. Okay. Ich probiere es einfach immer wieder. Also wenn es wirklich wie bei mir ist, dann verlasse dich nicht drauf. Ja, aber wenn dann soll man mir sagt, okay, es geht nicht. Nach dem Reconnect habe ich keine Schutzzeit, oder? Äh, ich glaube nicht, nein. Sag mir mal, wenn ich drauf bin. Äh, ja, also bist du nicht drauf. Alter. Ich komme aber auch nicht drauf. Es pinkt die ganze Zeit nur. Hat es bei dir von auch die ganze Zeit nur gepinkt? Ja. Na geil. Irgendwann stand dann eben keine Verbindung. Es ist doch... Ja, warte, ich schreibe nochmal Jonathan an. Es geht nicht. Ja. Es pinkt. Man kann nicht joinen. Also, Jonathan hat mir gerade geschrieben, er kann nichts dagegen machen. Also, beziehungsweise, es ist vielleicht auch schon ein Stück her, dass es geschrieben hat. Ja, es ist schon acht Minuten her. Aber er hat geschrieben, er kann nichts dagegen machen. Hm. Naja, ist mir schon klar, dass er... Also, er hat den Server jetzt neu gestartet scheinbar. Wenn das nichts geholfen hat, dann kann er wirklich nichts machen. Ist schon klar, aber... Es ist ja dann auch nicht unsere Schuld. Es ist eigentlich weder die Schuld von ihm noch von uns. Es ist für die Folge total kacke. Und für die Regeln, also... Weil wir nehmen ja quasi mehrere Folgen auf. Am Stück. Wegen diesem Rejoining. Aber anders geht's halt nicht. Ich meine... Ich nenne die Folge auf jeden Fall sowas wie die besonders lange Folge oder so. Weil ich mache meine 15 Minuten noch zu Ende. Und wenn ich's mache, wenn ihr schon alle runter seid. Ich bin da, ne? Ja, jetzt ja. Okay. Keine Namen. Ich stehe irgendwie wieder an einem anderen Punkt. Aber okay. Ja, das hatte ich vor uns auch. Dann waren deine Bewegungen wahrscheinlich gar nicht registriert. Oder so. Ich renne jetzt einfach. Ich renne jetzt einfach. Ich hoffe mal, die sehen mich nicht. Das wäre auf jeden Fall sehr traurig. Also bei mir läuft's gerade. Äh, ja. Äh, ja. Oh, da bist du. Ach gut. Okay, du bist's. Ja. Ja. Achso, ja. Hätte ich dir sagen sollen, oder? Vielleicht. Ähm, okay. Okay. So lange wir die Namen nicht sehen, ist alles gut. Hm. Äh, achso. Zaubertisch. Kannst du mal schauen, ob du ein Ding kriegst? Achso, ja. Kann ich ja tatsächlich mal schauen. Ähm, was? Nein. Nein, nur Explosion. So, vier Spinnen. Ne, drei. Aber hier kam schon den ganzen Text mit vier Spinnen raus. Äh, hier nimm die Bücher und wieder. Ne, du kannst die behalten. Aber ich brauch sie, glaub ich nicht. Aber danke. Hä? Achso. Naja, aber falls du dann später mal verzaubern... Falls du jetzt... Was machst du denn jetzt? Ich sammle auf mein Schwert. Naja. Ja, dann musst du auch verzaubern. Danach kannst du doch die Bücher nochmal probieren. Ich brauch unbedingt noch vier Maschschutz. Ne, ne, ich verzauber ja nicht mehr. Ich mach nur noch im Amboss. Achso. Naja. Also, ich kann, wenn ich das schwert, dann hab, kann ich theoretisch auch nochmal irgendwas verzaubern. Das wird auch gehen, also. Ach, warte, ne, quatsch. Ne, das reicht ja schon. Alles gut, das reicht ja schon. Oh, okay. Ich hab jetzt schon drei. Hm, sehr schön. Dann kannst du die Bücher einfach... Ja, aber halt die einfach. Hm, ich brauch jetzt erstmal noch drei Löffel. Äh, achso, ne, hab ich nicht. Ja, dann machst du ein paar. Äh, ich würde echt gerne nach Essen schauen, aber das Problem ist halt diesen Grad drauf. Äh, wie viel Essen hast du denn noch? Noch vier Fleisch. Okay. Äh. Wie viel hast du? Freigleißen noch. Insgesamt hab ich noch, ich glaub, zwölf. Ach, so viel noch? Hm. Ich schau jetzt trotzdem mal vorsichtshalber raus. Also... Es ist grad Nacht. Das sollte uns allen bewusst sein. Das hat es gerade geleckt. Ziemlich sehr. Aber der Server läuft gerade, oder? Bei dir auch? Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt an mir lag oder am Server das so geleckt hat, aber ich hab grad sehr viele Schläge von Spinnen bekommen. Auf einmal. Also, hat halt geleckt. Oh, ich dachte grad, da sind sie... Ey, ich geh jetzt kurz raus, ja? Also, ich weiß nicht, wenn sie mich sehen, bin ich tot, Chris. Dann renn wieder rein, wenn sie dich sehen. Ah. Ich seh sie aber auch nicht. Ich könnte jetzt halt auch gut Glück, äh... Du baust hier in meiner Nähe ab, oder? Nein. Oh man, Christopher, ha ha ab, ha ab! Die sind da wahrscheinlich. Ich brauche nicht ab, Christopher. Ich brauche nicht ab. Hörst du mich? Nein. Nein, ich mein, hörst du mich im Teamsteak? Ja. Ja, dann verfiss dich doch, verfiss dich doch, Mann. Ich sneak langsam weg. Weil ich hab die ganze Zeit gesneakt. Okay. Hörst du immer noch Abbeugeräusche? Nein. Oh mein Gott, ich seh sie, ich seh sie, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, ich seh einen oben, ich seh einen oben, ich seh einen oben. Einer ist unten, einer ist oben, einer zieht mit dem Bogen grad auf. Ich, äh, verpiss mich kurz in die Erde. Ja, das ist es wahrscheinlich, alter. Oh, ich seh einen Namen. Zwei Namen. Ja. Ich sneak, ich sneak. Ja, die kommen beide auf mich zu, die kommen beide auf mich zu. Ich sneak aber auch, gerade. Die sind beide grad direkt über mir. Sie sind oben. Oh Gott, nein, die sehn mich, die sehn mich. Die sehn mich. Oh, scheiße. Christopher, ich muss grad... Die sehn mich. Die sehn mich locker. Die sehn mich. Die sehn mich. Oh Gott. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, scheiße. Scheiße, mein Puls ist grad 100. Meine auch. Die sehn hier direkt über mir. Oh Gott. Warte, sie sehn dich jetzt grad nicht, oder? Er baut ab. Na. Ich kämpfe, ich kämpfe. Du kämpfst? Ich bin im Kampf. Warte. Das tut mir so leid, ich seh... Bobby... Nee, warte. Ich seh Bobby und Zvi rennen, aber dich nicht. Was? Echt? Sie sind an mir gerade vorbeigerannt und du bist hier... Oh Gott, mein Puls, Alter. Ich krieg an einem Herzinfarkt. Also, die sind grad zu zweit gerannt. Okay. Oh mein Gott. Alter. Es ist... Scheiße. Mensch, mein Pulsack ist kaputt. Es ist nur ein Problem noch da. Was denn? Äh, Verzauberungstisch und Ambus. Die stehen noch bei... Scheiß drauf. Scheiß grad drauf, Christoph. Wir sind fast tot. Äh, also das ist jetzt zwar eigentlich so die Taktik, die ihr an mir alle immer gehasst habt, aber ich bleib jetzt einfach sleepend hier stehen in der Ecke. Mach das, mach das. Es gibt grad keinen besseren Weg. Und warte aufs Ende der Folge. Scheiße. Äh... Tut mir auch... Die können uns halt nicht auslogen, ne? Ja, das ist so. Fuck, ich hab mir ja... Junge. Ich kann... Ich hab... Ich hab keinen... Ich sehe sie auch nicht. Siehst du ihre Namen? Sie sind an mir vorbeigerannt und irgendwann waren sie halt weg. Die Namen. Oh Gott, warte. Oh. Oh. Fuck, warte. Ich brauche mir grad eine Spielzeit. Warte, ich kann es schaffen. Warte, stopp, warte. Oh, fuck. Oh, fuck. Es könnte jetzt gut sein, dass ich sterbe. Wieso? Weil sie... in meine Richtung kommen. Das ist nicht auf jeden Fall. Äh... Ich bin jetzt unten in der Höhle safe. Ich bin jetzt safe. Wie 13 hat Monsterjäger erzählt. Vielleicht haben sie den Spinnensporn gefunden und ich bin echt ganz in der Nähe. Ah, die müssen den Spinnensporn gefunden haben. Okay, also ich kann mich versiegt. Ich bin safe, Christopher. Okay. Versneak dich, versneak dich, du bist auch safe. Ich bin versneakt, aber ich kann nichts abbauen und irgendwas. Ich würde Geräusche von mir geben. Ach so. Scheiße. Ähm, nimm im Notfall, äh, äh, Goldäpfel und kämpf. Also... Ich hab nur das Eisenschwert in der Hand. Sie sind über, fast über mir. Okay. Okay, sie rennen wieder dorthin, wo du, glaub ich, vor uns warst. Okay, das ist perfekt. Christopher, ganz, ganz wichtig. Sie bauen dort ab. Ja? Was? Ich hör sie abbauen. Da nicht. Sie sind ganz in der Nähe. Ich geh halt wieder zum Spawner. Was? 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 Versuch dich zu verstecken! Ja, mach ich doch! Okay, der Puls geht langsam grad wieder hoch. Wieso ist man nicht so langsam, wenn man sneakt? Okay, ich seh sie nicht. Sie waren... Sie sollten hinter mir sein. Oh, sie haben sich in den Spawner reingebaut. Nee, klar, du bist ausgetimt. Okay, äh, sie haben den Spawner gefunden, sie haben ihn abgebaut, sie haben... Okay, du bist auch noch raus. Okay, sie... ... haben das gerade... Also, ja. Hm, das ist jetzt blöd mit mir erzähl ich. Also, sie haben den Verzauberungstisch gefunden und abgebaut, sie haben den Amboss gefunden und abgebaut. Ich sneak jetzt einfach hier in der Höhle rum, es sind noch etwa drei Minuten die ich... Hallo Niklas? Christopher, fuck! Scheiße, meine Aufnahme hat nachgebrochen. Ich nehme neu auf. Also, sie haben den Spawner gefunden. Der Spawner ist weg, der Verzauberungstisch ist weg, der Amboss ist weg. Ich bin jetzt hier in der Höhle, ich habe mich versneakt einfach wieder. Warte, ich kann gerade nicht aufnehmen. Warte mal kurz. Okay, Aufnahme läuft wieder, Aufnahme läuft wieder. Hier ist ja kein Gameplay verloren gegangen. Es ist kein Gameplay verloren gegangen. Wir haben ca. drei Minuten vorher anmoderiert. Na, vielleicht zwei Minuten, das heißt, es sind jetzt noch zwei bis drei Minuten, die ich hier drauf verharrte. Für dich, ja, für dich. Ich muss online kommen, ne? Ja, fuck. Du bist wieder beigetreten. Ja, ich bin ja da. Ich hoffe, ich tue nicht nochmal aus-disconnecten. Okay, ich höre sie nicht. Glaube ich zumindest. Also, ich bin ziemlich safe wieder. Dafür, dass ich quasi schon tot war. Ich war im Kampf, ne? Ich war im Kampf. Dafür, dass ich quasi schon tot war, ist es krass, dass ich noch lebe. Wie alt, die haben unser Zeug. Oh, ich sehe, ich habe einen Namen wieder gesehen, glaube ich. Ja, ich sehe einen Namen. Ich sehe Bobby McFetty und Zwie 13, die sind wieder bei der Höhle ungefähr. Aber du sagst, sie haben unser Zeug, oder was? Ja, also Amboss und Verzauberungstisch haben sie. Und den Spawner abgebaut. Amboss, Verzauberungstisch? Ja gut. Äh, Frage, hast du noch Dias? Ne, klasse, ich höre dich nicht. Also entweder bei dir oder bei mir funktioniert es gerade nicht. Bei mir funktioniert es nicht? Oh. Fack. Wirst du mich? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Oh, okay. Bitte, bitte. Nein! Disconnected. Ah, aber hier steht es noch nicht, dass du raus bist. Ja, das ist egal, das wird gleich dastehen. Ja, jetzt steht es da. Oh, fuck. Oh, Session beendet, zu viele Relogs. Aber darf ich jetzt nochmal drauf, oder nicht? Äh, jetzt würde ich an deiner Stelle einfach nicht mehr drauf gehen. Ja, stimmt. Und die Folge ist einerseits fast vorbei, du hast deine zwei Folgen aufgenommen. Alter, mein Herz ist gerade so am Rasen. Das ist ein unfassbar. Okay, ich habe jetzt noch etwa eine Minute. Wenn ich die eine Minute noch schaffe, ist es vorbei. Das Problem ist, ah, fuck, die sehen ja, wo wir sind. Was? Ah, ne, wissen Sie nicht, die wissen nicht, wo wir sind. Nein, nein, die sind ziemlich, naja, relativ ziellos halt hier zum Her gelaufen. Ach, okay, wir haben jetzt kein Verzauberungsdienst, aber wir müssen nicht mehr verzaubern, wir müssen auch gar nicht mehr verzaubern. Ja, wir brauchen nur nochmal einen Amboss später. Ja, ich habe genug Eisdienst, aber leise. Ich weiß nicht, ob das Wasser ist, was hier fließt, oder ob wirklich Blöcke abgebaut werden. Okay. Sneak einfach und versuch noch diese Minute durchzuschicken. Ich sneake und das... Ach, scheiße. Scheiße, hast du irgendwie Goldäpfe im Inventar oder so? Ich habe Goldäpfe, aber ich habe nur ein ganz normales Eisenschwert zum Kämpfen. Ich... das andere ist halt nicht in der Hotbar. Fuck. Okay, es... Das ist schlicht. Es sind jetzt wahrscheinlich nur noch Sekunden, hoffentlich. Okay. Okay, Sweet 13 hat verlassen. Und Bobby wechselt die auch. Oh, okay. Ich habe geschafft. Alter. Alter, ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Scheiße. Digga, ich war im Kampf. Das kommt so was von los. Okay, ich mache. Scheiße, Digga. Oh, Alter, mein Puls war noch nie so hoch in meinem Leben, glaube ich, ne? Ohne Spaß. Oh, okay. Oh, sie sind wieder auf. Das ist... Okay, jetzt bin ich runter. Ja, es ist nicht, sieg, sieg. Ich bin runter, ich bin runter. Es ist vorbei. Oh, ja, man. Oh, ja, man. Okay, Leute. Oh, Scheiße. Der hätte mich so kalt gemacht. Der hätte mich so kalt gemacht. Ich frage mich, warum er mir die Chance gelassen hat. Ich muss mir die Folge dann angucken, Pett. Ich auch. Ich muss mir deine vor allem angucken. Kannst du die heute schon mal hochladen? Noch nicht öffentlich, aber hochladen ich mal. Ich kann sie ungeschnitten hochladen und später noch mal eine normale. Genau. Ja, dann kannst du die noch mal runternehmen, dann. Ja. Oh, okay. Boah, Leute, Alter. Das ist die Spannung, die man von so einem Projekt erwartet, Alter. Das ist die Spannung. Scheiße, Alter, mein Puls, Alter. Junge, mein Herz war dumm, 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 dumm. Ja, mein Herz war auch. Oh, Digga. Alter. Ja, geil, die können natürlich jetzt alles durchgraben, rausfinden, wo wir sind, ne? Und dann... Äh... Aber warte, wieso haben die dich denn nicht gesehen, wenn du beim Spanner warst die ganze Zeit? Ne, ne, ich bin zwischendurch ja die Höhle weitergelaufen und habe mich in einer anderen Ecke versteckt. Und da haben sie dich nicht gesehen? Ja, die Namen sind mehrmals über mich drüber gelaufen. Also, das war ja... Oh ja, aber das war ja bei mir auch... Ich habe mich ja oben, ne, dann in Erde eingebaut. Also, in Gras, musste ich ja. Weil ich habe ihn draußen stehen sehen. Ist wohl dir, ne, glaube ich. Ähm... Ne, es kann sein, dass beiden noch ein Teil fehlt, aber einer hat auf jeden Fall mindestens rote Brustpanzer und Helm. Also, ich glaube, es war Noah oder Elias, einer von beiden stand draußen und... Ach, das ist so... Auf jeden Fall habe ich mir dort eingebaut und es wurde... Ne, also war dann Erde dort. Das hat er gesehen. Oh. Und hat sich dann reingebaut. Und dann habe ich ihn einmal geschlagen. Und dann war ich weg. Ja, gut. Äh, wir könnten die Folge vielleicht mal beenden. Ja, das wird eh eine längere als normal, von daher. Die ist jetzt schon über 20 Minuten bei mir. Ja, stört ja nicht. Okay, Leute. Also, ähm, ich mache Abmoderation, oder? Ja, mach das. Ähm, okay, Leute. Das war, glaube ich, die bisher... Also, nicht nur glaube ich. Das war die bisher spannendste Folge von Minecraft Cybers. Äh, von uns jedenfalls. Nein, nein, überhaupt von allen. Okay, überhaupt von allen. Nein, es wurden zwar schon ein paar Leute getötet, aber... Es war von euch. Ne, äh, also, Leute, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Und, ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge hoffentlich noch, äh, in der Folge, die wir Leben schaffen. Die werden... ...ne? Jedes Mal haben wir mit draufgehen. Ja, wahrscheinlich. 50 aufnehmen. 50, 59, dass ich nicht mehr draufgehe. Ne, also, auf jeden Fall, ja. Das war's dann. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.